Bleib lustig, das Unfassbare, präsentiert von Jonathan Freaks. Manchmal ist das wahre Wesen der Dinge nur schwer zu erkennen. Nehmen wir dieses Gebilde. Zunächst sieht es aus wie eine Maus, aber drehen wir es um, dann erkennen wir zwei miteinander spielende Hasen. Was ist es nun wirklich? Dieselbe Frage stellt sich in unserer heutigen Geschichte. So verschieden wie die Realität von der Illusion ist, so verschieden ist auch die Lüge von der Wahrheit. Und dennoch können beide wie in dieser Skulptur miteinander verbunden sein. Die beiden Illusionisten, Christian und Andreas, versuchen heute sich nicht von ihrer eigenen Täuschung täuschen zu lassen. Ist das alles wahr, da führe ich Sie geradewegs in eine Illusion. Rammeln oder mausern? Entscheiden Sie selbst. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.